Ich bin Fotografin. Ich bin Hochzeitsfotografen. Ich bin Hochzeitsfotografen. Und wenn ich meine Bilder verschicke an die Paare, dann nutze ich Redbook. Das Ganze ist eigentlich das Erlebnis Schlechtchen. Unsere Kunden reagieren immer sehr überrascht über die Galerie, weil die sehr erstaunt sind, dass einfach alles da drin inklusive ist. Das ist einfach sehr übersichtlich. Man kann die Bilder schnell runterladen und es sieht auch noch schön aus und ist nicht einfach nur so ein langweiliger Download-Link. Man kann ein cooles Leitschuss erstellen, muss da nicht viel wissen. Man muss jetzt kein Videograf dafür sein, um da was Gutes zu erzeugen, sondern es wird einem echt sehr leicht gemacht. Mir war es wichtig, vor allem, wie es so in Deutschland ist, der Datenschutz. Vorher hatte ich eine Online-Galerie von einem anderen Anbieter, der jetzt in den USA war. Scrapbook steht nie still und es gibt ständig neue Funktionen. Es wird wirklich auf die Fotografinnen gehört, die damit arbeiten. Scrapbook würde ich jedem empfehlen, der seine Fotos und Videos dem Kunden professionell übergeben möchte. Es ist einfach das Tool, ein Must-Have zur Überbringung der Bilder.